Das heutige Thema? Die Acronis 3.2.1-Regel für das richtige Sichern deiner Daten. Halte stets drei Versionen deiner Daten verfügbar. Eine primäre Kopie und zwei Backups. Speichere deine Kopien auf mindestens zwei verschiedenen Speichermedien und sichere eine Kopie extern, am besten in die Cloud. Wenn du diese Regel anwendest, kannst du deine Daten stets vollständig wiederherstellen. Selbst wenn eines deiner Laufwerke ausfällt oder Aliens das andere entführen. Acronis ermöglicht als einziges Unternehmen ein Image-Backup des ganzen Systems in die Cloud. Erstelle regelmäßig ein Backup mit Acronis.